ich habe gecheckt dass in den anderen aufnahmen meine lüfter vom computer ein bisschen krass laut sind ich habe jetzt mir ein rauschfilter reingemacht wenn man jetzt mal genau hinhört der lüfter ist deutlich leiser jetzt also erst gleich laut aber das mikro also ja und ich wollte gerade aufnehmen für morgen sonntag aber es gab ein update hat wieder fünf stunden wieder auf das unterzuladen weil man jetzt auch nicht die beste ist aber ist es fertig wir haben 20 uhr 23 ich erst gerade machen jürgen jürgen schokostreuzel mega ist und ja 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 Ja, das ist gut. oh nice music nice 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 tang nice 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 immer schon mal ein bisschen gammelfleisch aber ich kann das nicht denken noch 13 oder was warte was oh mein gott jetzt habe ich ein 40er stick von denen die noch 13 minuten brauchen das ist gut ich habe nicht gecheckt was ich getan habe aber es war gut was soll ich das vielleicht nicht mehr raus und ich lege da mal ein bisschen holz nach würde ich sagen hier material das ist ja auch schön das feuerweiler durchbrannt für das fleisch vielleicht braucht man nämlich zum essen zum heilen für viele reisinger so kann ich hier direkt noch mal das fleisch reinlegen das hohe fleisch müssen wir dabei sein wenn das programm wird deshalb behalte ich das nur inventar denn normalerweise normalerweise würde jetzt genau ein fleisch davon vergammeln und hat mir noch 39 frische fleisch aber wir können die quasi kurz bevor die vergammeln können wir quasi die alle aufteilen dass wir überall einer stacks haben davon und dann vergammeln alle auf einmal und das ist halt ein bisschen praktischer ich würde sogar sagen dass man die hälfte an feiern auch mitnehmen nein nicht nur eins sondern so damit wir noch ein bisschen weniger tragen müssen so aus dem bären haben wir noch ein bisschen was mit zum heilen fleisch zu essen das fleisch war gar nicht gleich wunderbar ansonsten narko bären haben wir auch erst mal acht haben ja mehr fleisch würde ich ehrlich gesagt noch mal hier reinschmeißen das dauert noch zwölf minuten genau dann würde ich sagen mache ich mal kurz die lederrüstung was brauchen wir für die wunderbare lederrüstung die lederrüstung schützt uns besser vor kälte aber schlechter vor hitze also da wird uns eher warm drin aber die schützt uns auch besser also vor angriffen und so um das halt brauche ich auch ein nächster material hier ich brauche Fasern und Leder ein bisschen und dann ich hier einmal die volle ausstattung wo das haben wir noch fünf stück hier hat wo ich noch was zum betäuben wenn wir die noch zählen wollen müssen wir irgendwie betäuben da bräuchten wir noch betäubungspfälle für die klinge ist am level 21 ich bin jetzt aktuell level 15 glaube ich ja okay dann so das ist natürlich hier material der glieder kurz wieder zurückpacken die lösung ich jetzt anziehe ich weiß nicht genau wie warm ist 18 grad soll ich die ich nehme die einfach mal mit für sicherheitshalber aber ich meine wir kämpfen noch mit einem speer also um jetzt richtig auf base suche zu gehen dafür sind wir echt noch nicht gut ausgerüstet aber da vorne ist noch so ein ähm wie ist denn das erdruck den haben wir uns noch oben und hier ist aha das glaube ich vom update die dinge headstones sollen vom grafjahr hat okay jetzt haben wir erstmal hier einen grabstein ich weiß nicht warum die jetzt hier sind aber seit dem arc update gibt es auf einmal diese dinger okay okay jetzt auch kein problem mit dem relativ warm im dungel 31 grad so was haben wir noch ein bisschen standard kram dichter dinge was haben wir hier vorne haben wir noch wasser da vorne sind die ganzen krokodile aber und da ist irgendein raubdino da gehe ich dann doch erstmal nicht hin ähm auch das ist ein raptor glaube ich das ist gut wenn wir wissen dass wir einen raptor haben dann kann ich mir das nämlich merken und die später da zählen weil wie gesagt ich hätte gerne eine raptor armee äh raptoren einfach meine Lieblingstiere in arc sind so ordentlich der dschungel sonderblendet so ordentlich der dschungel sonderblendet gut ähm auf jeden fall erstmal nur holz hier meine base würde ich gerne also die mitte map ist ein vulkan ich würde die base gerne in der nähe des vulkans haben weil das ist einfach so ein zentraler punkt und so ähm ähm erst mal ganz kurz den kerl da vorne die kann auch so zählen meine ich ne ich weiß zwar nicht das ist glaube ich so ein xp booster für andere dinos wenn wir andere xp dinos haben und den da näher dann gibt der noch den dass die dinos schneller ähm xp bekommen also man farmt quasi also man selbst und dinos immer nebenbei afk ganz 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 bisschen xp ohne was zu tun ähm und der verdoppelt das halt einfach das für keine ahnung minuten ähm ja ich will ganz kurz mal gucken was da vorne noch ist ob wir da irgendwas interessantes haben ähm da würde ich mir auch gerne bald mal ein zählen von davon ist dieser obelisk zu denen können wir auch mal hintraveln aber nicht zu fuß davont ist noch ein raptor mein ich Das ist ein Parasaurus, Level 24 Boah, der für die Leben Also, der hat ein 24er haben für die Leben Wie viel, oh, oh Ich dachte, der wäre so ein Piranha, Alter Ach du Heilige Ähm, aber keine Korodiele In Sicht ist auch erstmal ganz gut Joa Noch 8 Minuten Ich würde sagen, da wir jetzt aktuell Eh nichts sinnvolles machen können, farm ich einfach noch ein bisschen Fasern Und dann warte ich mal einfach die 8 Minuten ab Oh 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 Uh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.